Herzlich Willkommen auf meinem Kanal. Ich habe hier mal zwei Arbeitsleuchten, die gab es bei Aldi jetzt letzte Woche im Angebot. Ich wollte eigentlich kein Video drüber machen, aber ich finde sie so geil, dass ich dann doch jetzt mache. Ich habe mir zwei geholt. Es gab auch zwei. Einmal so eine Slimline. Ja, hier haben wir die technischen Daten. Ja, schaut euch die technischen Daten an. Ich wollte eigentlich einfach euch mal diese Produkte hier vorstellen. Hammer, per USB-C aufladbar. Die Slimline natürlich für schmale Ecken, für Ecken, wo man halt schlecht drankommt. Und auffängt kann man das Teil auch. Man hat halt so eine längliche LED und dann vorne nochmal so zwei normale LEDs. Dann unten natürlich noch Magnete, die sind echt stark. Die kann man auch vertikal quasi aufhängen. Vertikal natürlich, aber auch horizontal. Und das hält auch, wenn man es horizontal irgendwo hängt. Momentan habe ich es jetzt an einer Tür hängen, an einem Scharnier, an der Abstellkammer. Perfekt. Total begeistert, auch wenn ich irgendwie am Moped am Schrauben bin, nachts oder abends oder so, mache ich ab und zu ja auch mal. Unten ist es dann auch nochmal so verstellbar. Mega cool. Ich hatte vorher noch nie eine Arbeitsleuchte. Ich dachte mir, so eine normale Taschenlampe reicht, aber es ist doch schon was anderes. Na, vor allem auch dieses längliche Licht. Das ist einfach viel, viel ergonomischer. Und ja, es macht auch einfach viel mehr Spaß. Und es ist sehr schnell einsatzbereit. Das ist halt jeweils für einen Zehner gekauft. Dann halt noch die andere Arbeitsleuchte. Der ist auf, also quasi aufschiebbar. Hier haben wir auch nochmal so die technischen Daten. Auch hier die Verarbeitungsqualität, makellos, gummiert. Das ist auch das Coole hier dran. Man nimmt es in die Hand, schiebt es quasi so einfach hoch und dann hat man auch schon direkt das Licht. Und aufhängen kann man es hier auch. Ich habe beide Leuchten jetzt momentan in der Abstellkammer hängen. Abstellkammer aufmachen, rund hoch schieben und man hat direkt einfach Licht. Und das ist halt, das ist genial. Warum habe ich mir beide geholt? Ich habe mir beide geholt, weil ich bin der Meinung, man kann nie genug Taschenlampen haben. Wir haben hier auch einmal USB-C zum Aufladen. Ich habe die jetzt auch schon seit zig Tagen in der Abstellkammer rumhängen. Ich habe die auch schon ganz oft benutzt und die Akkus halten halt. Und bei dieser Arbeitsleuchte ist das halt besonders, dass man dann nochmal eine LED hat, die man so um 90 Grad schwenken kann. Und man kann sogar beide LEDs gleichzeitig so nutzen. Das ist auch cool. Und diese schwenkbare LED ist natürlich sehr ergonomisch zu halten. Da kann man die Hand quasi gerade halten und dann halt das Objekt anleuchten, was man anleuchten will. Mega, mega begeistert und das halt für einen 10er. Ich glaube, momentan gibt es die bei Aldi nicht mehr, aber ich denke mal, die werden auf jeden Fall wiederkommen, weil diese Arbeitsleuchten, die waren sofort vergriffen. Ich habe das gesehen. Ich habe das auch in einem Video gesehen, bin direkt hin und habe es mir geholt. Also mega begeistert. Wirklich richtig coole Geschichte. Und wollte ich einfach mal zeigen, weil ich wirklich so begeistert war.